Dennis Lewandowski! Die blaue Ecke. WBO-Weltmeister und IBO-Weltmeister im Cruisergewicht aus Berlin. Marco Käpt'n Hooke! Das ist die geballte Ladung. Schwergewicht. Marco Hooke dominiert die erste Runde dieses Kampfes. Körperkopf, was wir geübt haben. Ja, die rechte mal durch. Durch die Doppeldeckung von Lewandowski und Hooke will nachsetzen. Jetzt könnte es eng werden für Lewandowski. Zwei, drei Hände durchgekommen. Die Haken zum Kopf von Lewandowski. Lewandowski in der Ecke. Hooke ist dran. Hooke ist dran. Schlaghagel. Sechste Runde. Alle Runden bisher bei Marco Hooke. Da gibt es, glaube ich, relativ wenig Zweifel. Wie es auch nicht anders zu erwarten war, Dennis Lewandowski kann diesen Kampf nur noch durch K.O. gewinnen. Nach Punkten geht hier nichts mehr. Schauen Sie sich das an. So sieht das aus. Marco Hooke wartet auf die Möglichkeit. Das schlägt die Kombinationen. Die Doppeldeckung von Lewandowski ist oben. Da war eine gute Linke von Marco Hooke zum Kopf von Lewandowski. Marco Hooke hat ja natürlich überhaupt gar keine Probleme bisher, wenn Dennis Lewandowski mal angreift, dort rauszugehen. Und jetzt schöne Serie von Marco Hooke. Schöne Serie von Marco Hooke. Aufwärts Haken trifft nicht. Schlaghagel Marco Hooke. Herr Hooke im zweiten Teil dieser Runde deutlich aktiver geworden, nachdem es ein relativ verhaltener Beginn war. Einige Kopftreffer hier, Körpertreffer dazu. Marco Hooke behält hier die Initiative. Deckt seinen Gegner da mit Schlägen ein. Und jetzt ist dieser Kampf vorbei. Marco, Captain Hooke ist zurück. Zurück, back to the top. So das Motto dieses Kampfes. Das wird ein klarer, unumstrittener Punktsieg werden gegen Dennis Lewandowski. Marco Hooke, der Ex-Champion, hat diesen Kampf hier klar dominiert. Er hat jede einzelne Runde gewonnen. Alle drei Punktrichter werten in den Kampf 100 zu 90. Und damit einstimmiger Sieger nach Punkten aus Berlin. Michael, Captain Hooke.